Hi, hier ist Thomas und heute schauen wir uns ein Netzteil von Chiefdecker an. Für die Netzteil-Test kommt unsere eigene Chroma Teststation zum Einsatz, wie sie auch von den Herstellern verwendet wird. Wir verfügen noch über eine zweite, kleinere Teststation, die steht sozusagen in meinem Homeoffice. Ich fasse hier die Testergebnisse zusammen, falls ihr aber noch Fragen habt, findet ihr den ausführlichen kompletten Test in der Beschreibung verlinkt. Den Ablauf des Videos blende ich euch ein, direkt links findet ihr aber auch in der Beschreibung. An Chiefdeck werden sich die älteren Semester ganz gut erinnern. Fast jeder hatte damals das legendäre CS601 Dragon. Der Hersteller bietet aber auch seit Jahrzehnten Netzteile an und wir schauen uns deshalb das Chiefdeck Polaris mit 750 Watt Leistung an. Die Netzteile gibt es aber auch mit 550 und 650 Watt Leistung. Alle Polaris Netzteile sind vollmodular und bieten 80 plus Gold, LLC und DC2DC Technik. Beim Lieferumfang haben wir neben den Netzteil selbst ein Satzmodularer Kabel, ein Kaltgerätekabel, Schrauben und ein mehrsprachiges Handbuch. Wir haben hier zwei Sorten Kabel, das ATX Kabel ist gesleeved und die restlichen sind Flachbandkabel. Eine heute durchaus gängige Kombination. An der Kabelausstattung gibt es nichts anzumerken, außer dass die Version hier bereits zwei EPS Stecker bietet. Die Version mit 750 Watt Leistung kann auf der 12V Leitung auch die kompletten 750 Watt bereitstellen, damit haben wir hier ein Single Band Netzteil. Kombiniert haben wir auf 3,3 und 5V 120 Watt Leistung, das ist etwas über den Durchschnitt, der heute so um 100 Watt beträgt. Wo wir bei den Spezifikationen sind, schauen wir uns passend dazu die Schutzschaltung an und wie die Abschaltpunkte sich dazu verhalten. Beginnen wir mit den Schutz vor Überlastung, der OPP. Hier schaltet das Netzteil bei 992 Watt ab, wir haben also ungefähr 30% Spielraum nach oben. Dabei fällt die Spannung auf der 12V Leitung auf nur 12,1 Volt herab, ein ziemlich guter Wert. Die OCP, die Absicherung vor zu hohen Strömen, schaltet das Netzteil bei der Überlastung der 12V Leitung bei 988 Watt ab bzw. 91,5 Ampere. Also in der Nähe der OPP. Die Spannung verhält sich relativ stabil und fällt auch hier nur auf 12,1 Volt herab. Die OCP schaltet auf der 5V Leitung bei 32 Ampere und auf der 3,3 Volt Leitung bei 30 Ampere ab. Beide Spannungen verhalten sich relativ stabil. Auf Kurzschlüsse reagiert das polares Netzteil gut, hier gibt es auf keiner der relevanten Leitungen etwas zu bemängeln, ausgenommen sind Kurzschlüsse über Kreuz auf 5V Leitung und auf der 5V Leitung führt ein Kurzschluss zu einem Neustart. Die Polaris Netzteile sind bei 115 Volt Eingangsspannung 80 plus Gold zertifiziert und wir sehen, dass unser 750 Watt Modell deutlich darüber agiert und bei 20% Last sogar Platinum Voraussetzungen erfüllt. Der höchste Wirkungsgrad wird zwischen 30 und 40% Last erreicht mit 91,7 Prozent. Bei 230 Volt Eingangsspannung erreicht das Polaris sogar bei 20 und 100% Last Platinum Voraussetzungen 93% wird bei 40% Last der höchste Wirkungsgrad erreicht. Bei geringen Lasten bis 100 Watt ist der Wirkungsgrad ganz gut, ab 35 Watt sind wir über 80% und ab 75 Watt sogar schon ein Wirkungsgrad von 88. Kommen wir zum Spannungsverhalten des Chief-Tech Polaris. Bei der Spannungsregulation ist es relativ unspektakulär und liegt eher im Mittelflitt. Auf allen Leitungen ausgenommen der 5V Standby Leitung bleibt der Spannungsabfall unter 3% und auf der 12V Leitung unter 2%. Kein schlechter Wert und unter der 5% Grenze der ATX Spezifikation, aber im Highland Segment sind wir heute deutlich bessere Spannungsregulation gewohnt. Insgesamt also keine schlechten Ergebnisse, aber einfach heute Standard. Bei Crossload Lasten bleibt das Ergebnis aber unverändert. Die Restwelligkeit auf den 12V Leitungen liegt hier zwischen 8mV bis maximal 22mV. Erlaubt sind hier laut ATX Spezifikation 120mV Restwelligkeit. Die Ergebnisse sind also sehr gut. Auf 3,3 und 5V sind es 8 bis 16mV, auch gute Werte und deutlich unterhalb der zulässigen 50mV Grundgrenze. Insgesamt bei der Restwelligkeit gute Ergebnisse, die deutlich innerhalb der Spezifikation liegen. Bei der Lautstärke überrascht das Sivtec Polaris Netzteil im positiven Sinne. Wir haben hier sozusagen drei Fälle. Bis 340 Watt Leist bleibt der Lüfter unter 500 Umdrehungen pro Minute. Bis 600 Watt Leist steigt dann die Drehzahl linear an. Reicht an 1000 Umdrehungen, die es dann bis 750 Watt Last beibehält. Insgesamt kann man sagen, dass das Polaris Netzteil im unteren Lastbereich sehr leise agiert und bei Volllast 2 wahrnehmbar, aber noch leise ist. Bei den Netzteiltemperaturen bewegt sich das Netzteil in guten Bereichen, ob an den Kabel oder am Gehäuse selbst. Das Netzteil erreicht bei Volllast hier und da um die 30 Grad Celsius. Das ist überraschend gut, besonders wenn man die Drehzahlen des Lüfters berücksichtigt. Selbst am Trafo im Inneren des Netzteils bleibt die Temperatur bei maximal 65 Grad Celsius. Wie sieht jetzt das Fazit zum Polaris Netzteil aus? Optisch ist das Sivtec Netzteil eher vollkommen unauffällig. Einfach schwarz gehalten und einzig das goldene Emblem sticht etwas hervor. Das setzt sich bei der Verpackung und dem Lieferumfang fort. Technisch überrascht das Netzteil dafür umso mehr. Beim Wirkungsgrad liegt das Polaris Netzteil sowohl bei 114 wie auch bei 230 Volt Eingangsspannung deutlich über den Anforderungen von 80 plus Gold und erreicht an manchen Punkten Platinum. Auch der Wirkungsgrad bei geringen Leisten ist gut, die Restwelligkeit ist sehr gut und die Schutzschaltungen greifen. Bei der Lautstärke ist das Netzteil bis 350 Watt Last mit unter 500 Umdrehungen pro Minute sehr leise. Danach steigt die Drehzeit und wird wahrnehmbar, aber nicht störend. Der einzige Punkt den man viel leicht kritisieren könnte wäre die Spannungsregulation, die mit unter drei Prozent aus heutiger Sicht nur noch mittelmäßig ist. Damit sind wir am Ende des Tests. Falls ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ich verabschiede mich dann bis zum nächsten Netzteiltest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.